Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die brauch' eh keiner mehr. Was soll das heißen? Sie können Felgelein nicht finden! Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Felgelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Felgelein! 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 Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich versteh' Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden? Den Tausenden von Verletzten und den Alten? In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. Amen. Vielen Dank.